Ein eigenes Produkt entwickeln und deutschlandweit in jedem Markt vertreten sein. Diese Erfolgsidee ist in 2023 keine Seltenheit mehr von Influencern und bietet jedem ein zweites finanzielles Standbein. Ihr habt das bereits mitbekommen, in den letzten Folgen habe ich mich drum geguckt, wie vermarkte ich ein eigenes Produkt, wie kriege ich es in den Supermarkt und was sind die ganzen Herausforderungen dabei. Doch ich kann euch sagen, das Warten hat ein Ende, denn in dieser Folge kommen wir wirklich sehr, sehr nah ran, in jeden Supermarkt in ganz Deutschland zu machen. Es geht für meine Bonbox tatsächlich nach Berlin und warum ich nach Berlin fahre und das nur für ein paar Stunden. Seht ihr ab heute, bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert, was ich geplant habe. Denn in dieser Folge konzentrieren wir uns auf Rewe, Penny und Nahkauf. Die letzten beiden sind zum Beispiel Unterketten von Rewe und auf kleine Verkaufsständen, wie zum Beispiel Kiosk oder Einzelhandel. Diese beiden Standbeine sind ein unglaublich guter Anfang, doch ich möchte auch Online-Fußwasser, um wirklich alle Leute in ganz Deutschland abzuholen. Warum ging es für mich nach Berlin? Natürlich muss ich, wenn ich ein neues Produkt habe, es an so viele Menschen wie möglich bringen. Und vor allem, wenn neue Marken ein neues Produkt haben, sind Influencer immer eine gute Wahl. Und ja, dazu zähle ich natürlich auch. Und weil ich sowieso in den Einzelhandel wollte, habe ich mir gedacht, warum nicht einfach in den Kiosk von Marvin und Aaron Troschke? Doch bevor ich meine Sachen da verkaufen kann, musste ich erstmal Marvin mit einem Paket überzeugen. Hallo lieber Kilian, vielen Dank für deine Bonbons. Sie kamen jetzt doch verspätet noch an. Sapland Candies Himbeere. Erstmal finde ich die Farbe sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob die Größe so die richtige ist. Wenn ich mir Bonbons kaufe, dann würde ich natürlich gerne ein paar mehr haben. Aber vielleicht ist so auch die Scheu an der Theke gar nicht so hoch. Einfach mal zu probieren. 2 Euro würde ich dafür schon ausgeben, für 30 Gramm. Aber am Ende muss natürlich der Geschmack überzeugen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Spiel mal mal. Sie schmecken überhaupt nicht grün. Probier mal. Schmeckt irgendwie fruchtig. Man kennt diesen Geschmack, ja, aber ist geil. Mir schmecken sie auch sehr gut. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, lieber Kilian, sie hier irgendwo in unser Influencer-Regal zu verewigen. Musst du mir natürlich jetzt nur nochmal sagen, was der Einkaufspreis ist, was der Verkaufspreis ist. Und dann könnte ich mir ja die schon hier vorstellen. Das Wichtigste war geschafft. Das Team war überzeugt. Doch jetzt hieß es auch Marvin vom Preis überzeugen. Sie müssen ja letztendlich auch das Produkt von mir abkaufen, damit sie es im Kiosk verkaufen können. Wir haben es geschafft. Wir sind im Kiosk von Marvin. Und heute ist es soweit. Meine Bonbons kommen hier rein. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Bevor meine Bonbons jetzt hier reinkommen, wie sieht es überhaupt aus? Gib mir doch mal eine kurze Roomtour. Wo darf ich verkaufen? Also im Grunde genommen siehst du dich ja so in die Großen ein. Zum Beispiel Monte. Wir haben hier einen extra Aufsteller von Monte mit seinem Gönner G. Das wäre natürlich auch sehr, sehr geil, wenn du dir noch so einen Aufsteller bauen lässt. Aber wir haben natürlich nicht nur Monte. Wir haben Prime. Wir haben Vita Ray. Wir haben hier Gönner G. Wir haben auch unsere eigenen Produkte. Ne, Arons Merch hier mit den Troschis. Genau, da stoße ich drauf an, wenn ich hier auch verkaufe. Das ist nämlich wichtig, weißt du? Aber dann musst du auch alle drei Sorten hintereinander. Ich muss heute noch fahren, du nicht. Aber ich sehe auch schon eigene Produkte. Ihr macht eigene Produkte. Du kennst das Problem, wenn du dann ein eigenes Produkt auf den Markt bringen möchtest. Ja, du möchtest immer das XXL-Krassbeste und dann sagt der Hersteller, naja, okay, das kostet natürlich auch die Schlossstraße plus Hotel. Dann kommt hier eigentlich so ein bisschen unser Highlight-Regal. So die Influencer-Ecke sehe ich schon. Ja, und amerikanische Süßigkeiten. Die gehen auch immer gut weg. Hier sehe ich mich auch. Ja, definitiv. Also guck mal, zwischen MrBeast Bar, die es auch nicht überall gibt, und Logan Pauls Prime und den ganzen anderen amerikanischen Süßigkeiten. Hier wäre theoretisch Platz für Zeppelin-Kennen. Das größte Risiko ist eigentlich, die Leute erstmal von einem neuen Produkt, was sie gar nicht kennen, zu überzeugen. Wenn ich mir zum Beispiel was, so einen Kinderriegel kaufe. Gibt es schon seit 100 Jahren, kenne ich aus meiner Kindheit. Trotzdem muss man natürlich versuchen, die Leute vom Produkt selber zu überzeugen, auch wenn sie zum Beispiel dich nicht kennen. Ansonsten können wir natürlich auch überlegen, ob man die vielleicht hier noch an der Kasse platziert. Weil wenn man hier so unterwegs ist, kann man die dann vielleicht nochmal schnell greifen. Das ist vor allem immer wichtig, glaube ich. Weil das ist wie so ein Feuerzeug. Kaufst du was anderes und dann nimmst du es einfach, wirfst es dazu. Die Position war gefunden, wo ich meine Bonbons jetzt verkaufen möchte. Doch jetzt begann erstmal der harte Teil. Wie viel Geld mache ich, wenn ich Marvin meine Bonbons verkaufe? Und so begann die harte Verhandlung. Wir müssen jetzt verhandeln, ne? Sei dir sicher, dass ich dich hier nicht mit einer Million Euro nach Hause schicke. Tatsächlich sind das die Bonbons. Und jetzt geht es ja darum, womit sie hier haben. Ich will auch, dass du die hier anbietest. Nochmal zum Produkt selber. Ich finde es nice, weil es weckt halt so Kindheitserinnerungen vom Jahrmarkt, vom Weihnachtsmarkt. Also die Zeppelin-Candys, glaube ich, sind auch ein super Produkt für den Kiosk. Ich glaube, dass ich das da echt gut einreihen könnte. Okay, Verhandlung. Wie viel kosten die EK? Im Einkaufspreis, für alle Leute, die es nicht wissen, kosten die mir 85 Cent. Pro Stück. Mit Verpackung, mit Inhalt. Mein erstes Bauchgefühl sagt eigentlich, ich würde dir EK 1 Euro geben, damit ich sie dann hier für 1,50 oder 2 Euro verkaufen kann. Damit wir natürlich auch so ein bisschen Marge haben. Wir tragen jetzt so ein bisschen auch das Risiko dafür, dass wir es loswerden. Aber, weil du ein junges Startup bist, weil du das alles selber machst mit so viel Herzblut, würde ich sie dir für 2 Euro das Stück abkaufen. Und wir würden sie versuchen, für 2 Euro zu verkaufen. Wir gucken mal, wie es anläuft. 2 Euro pro Stück, 50 Stück sind es. Deal? Deal. Viel Spaß beim Einräumen, ich kümmere mich um die Etiketten. Und was hier Marvin wirklich für einen Deal rausgeschlagen hat, wird ihn später noch zum Verhängnis. EKR kauft sie für 85 Cent ein, ich habe sie für 2 Euro das Stück abgekauft. Und wir verkaufen sie auch für 2 Euro. Was? Und warum? Was ist das? Ich meine, ich meine, ich meine, das wird aber noch geklärt. Jetzt hieß es erstmal, meine Produkte in die Regale einholen. Also ich sage wirklich, das ist das beste Gefühl daran. Wirklich, dass ich vor einem Monat dann noch in der Produktion saß. Ich habe sie selber den Zucker umgehört. Und jetzt stehen die hier drin und ich sage, Marvin, kaufe mir die Bons ab. Das ist ja wirklich auch noch das Beste daran. Gleichzeitig wurden meine Bons direkt an die Kasse gestellt, um zu gucken, wie gut funktioniert das. Komm, wir probieren es mal, wenn Aaron kommt und durchdreht, dann kann es sein, dass das wieder verschwindet. Aber solange ich hier Regentschaft habe, versuche ich die mal hier so hinzustellen. Müssen wir mal gucken, wie es im Tagesgeschäft überlebt. Also ich glaube, der beste Platz ist tatsächlich auf unserem amerikanischen Schrägstrich Creator Süßigkeiten Portfolio. Da ist Logan Paul mit Prime und MrBeast mit seinen MrBeast Candies. Da können wir gerne deine Bonbons dazwischen packen. Und weil das Ganze mir nicht reicht und alle Produkte auch im Onlineshop erhältlich sind, hier ist es jetzt auch, meine Bonbons in deren Onlineshop packen. Guck mal, was ich gemacht habe. Wir haben unsere Creator-Produkte, wo halt nur von Influencern und Creator-Produkte drin sind. Und du bist ganz, ganz vorne. Noch vor Prime, noch vor MrBeast, sogar vor Aaron selbst. Vor dem Troschi. Hä, wie krass. Vor allem für einen super Preis. 1,90 Euro. Superbesteste Candy-Dinger aller Zeiten bekannt aus Funk und Fernsehen. So wie du es wolltest. Finde ich super. Mein Job war getan. Doch was sagt überhaupt Aaron zu meinen Bonbons? Denn wenn sie Aaron schmecken, heißt es eigentlich für mich, mein Produkt kann nur funktionieren. Ganz ehrlich, wenn Aaron sagt, ihm schmeckt, das ist das mehr wert, als wenn ich das sage. Weil Aaron im Gegensatz zu mir kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn er scheiße fände, hätte es dir direkt gesagt. Auch vor der Kamera. Also es sieht nett aus. Das ist eben von der Masse so, dass ich denke, ein bisschen wenig. Die Verpackung ist schön. Ich glaube, alles Wichtige steht hinten drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe du gesagt? Ja, genau. Oh, diese Tappen. So, Aaron ist überhaupt nicht geduldig. Also, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal wirklich so essen, genießen sehen habe. Ich dachte, nee, ich habe aber einen kaputt gebissen. Aber ich bin nicht so ein Bonbon-Fan, weil ich die immer kaufe, weil ich keine Geduld habe. Ja. Also, schmeckt Himbeer, aber ich habe da kein Kindheitsgefühl. Diese Dinger schmecken genau wie ein Weihnachtsmarkt. Als du ein Kind warst, war ich auch 30 schon gefühlt. Sie schmecken doch voll nach Weihnachtsmarkt, Mann. Jetzt ist das Problem, was ich jetzt habe, ich nehme die im Auto mit, ja? Ja. Dann mache ich die auf, dann reißen wir die Tüte rein. Dann greife ich beim Fahren nochmal rein und irgendwann ist die Tüte kaputt, aber ich habe noch ganz viele, denn entwiegen die in der Mittelkonsole rum. Das ist ein Kritikpunkt, den kann ich sogar verstehen. Aber ist schön. Ich finde es geil, dass du es alleine machst und dir da so eine Mühe gibt. Schon dafür bieten wir sie jetzt im Kiosk an. Ganz ehrlich, wenn Aaron sagt, ihm schmeckt, das ist das Mehrwert, als wenn ich das sage, ich glaube, mit allem, was süß ist, kannst du ihn überzeugen. Die Inhaber habe ich überzeugt, aber das Produkt funktioniert logischerweise ja nur, wenn es auch Leute kaufen. Darum habe ich mich gefragt, wie viele muss ich verkaufen in einer bestimmten Zeit, dass sie nochmal nachbestellen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, nach wie vielen Tagen muss das Ausverkauf sein, dass du sagst, okay, das war ein Erfolg. Boah, gute Frage. Ich glaube, das dauert tatsächlich ein bisschen. Dementsprechend nach Videorelease, wirklich Leute, die hierher kommen oder das bei uns im Online-Shop bestellen, glaube ich, wir brauchen so schon einen Monat. Du sagst, einen Monat bis 50 Dinger weg sind, während am Tag mehr als eine. Wenn wir es vor 2024 schaffen, ein Foldout zu gehen, sagst du, bestellst nochmal nach. Machen wir. Also wenn sich die Süßigkeiten gar nicht verkaufen, dann bin ich, glaube ich, einfach Fan genug, die alle selber wieder aufzukaufen. Der DG war eigentlich schon zu Ende, aber dann passiert wirklich das, was keiner für Möglichkeiten hat. Ich habe wirklich gerade bestellt. Ich bin wirklich ernst. Es ist fünf Minuten Shop und du sagst, es hat jetzt schon jemand bestellt. Ja, wirklich. Ja, und hier hat ein Michael aus Münchendorf bestellt. Es ist wirklich kein Witz, ja? Einmal Prime Blue Raspberry Mountain und zweimal amerikanisches Red Bull. Aber ohne Werbung, ohne nix. Einfach so. Doch wie sich jetzt meine Süßigkeiten über die nächsten Wochen entwickeln, hängt ganz von euch ab. Ich glaube, ich muss also gar nicht sagen, was ihr dafür machen müsst. Checkt also gerne den Online-Shop ab, aber jetzt ist es wirklich einen Weg finden, wie ich es in den Rewe schaffe. Klar, die Süßigkeiten in Marvins Kiosk zu bringen, war nicht unglaublich wert. Doch ich kann euch sagen, einen Rewe zu finden, der sagt, okay, die Idee, die du da hast, finde ich ziemlich gut. Wir nehmen deine Bonbons auf, war unglaublich schwer. Vor allem bei meiner kleinen Größe auf diesem Kanal. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Doch um diesen Traum für mich wirklich zu machen, hieß es für mich Recherchieren. Und wenn man so viel im Internet unterwegs ist, ist es wirklich essentiell, einen Browser zu ahmen, der einen beim Arbeiten unter die Arme greift. Doch zum Glück habe ich einen Browser für euch, der euch wirklich bei diesen Aufgaben unterstützt. Ich präsentiere Opera. Denn Opera lässt sich ganz einfach auf euch anpassen, wenn ihr irgendwie im Internet unterwegs seid. Als gutes Beispiel, ihr könnt ganz einfach auswählen, welchen Stil ihr gut finden wollt. Ihr könnt entscheiden, wollt ihr es hell haben oder dunkel, welchen Hintergrund wollt ihr haben. Das ist alles von euch einstellbar. Ebenso gibt es seit neuestem das Tap Island Feature, wo es möglich ist, mehrere Tabs in einen Ordner zusammenzufassen, um sie kleiner zu machen und auch wieder größer zu fächern. Das ist zum Recherchieren zum Beispiel unglaublich praktisch, weil ihr einfach alles in einen Ordner packen könnt und nicht einfach hunderte Tabs auf einmal aufmacht. Für mich war das Ganze übertrieben hilfreich, als ich wirklich mehrere hunderte Rewe anschreiben wollte. Durch die Tap Islands war das alles perfekt strukturiert. Dazu kommt auch noch, dass ihr eine KI auch noch eingebaut habt, die euch wirklich bei jedem Spaß hilft. Braucht ihr Hilfe bei Mails schreiben oder braucht ihr einfach mal einen guten Witz? Die KI macht es möglich. Is it proof, sag ich euch wirklich. Ich könnte noch hundert mehr coole Features aufzählen, wie zum Beispiel, dass ihr Spotify habt, WhatsApp drin habt, aber nein, testet es einfach mal selber. OPERA ist also wirklich für jeden, der seinen eigenen Browser für sich zusammenstemmelt. Also gar nicht mehr für jeden, überzeugt euch selber und klickt auf den ersten Blick in der Bio und sichert euch OPERA kostenlos. Danke für euren ganzen Support, wenn ihr unten jetzt gerade auf den Link klickt, aber jetzt geht es weiter mit dem Video. Wie habe ich es geschafft in Rewe? Oder habe ich es überhaupt geschafft? So einfach, wie ich es gedacht habe, war es wirklich nicht. Denn bis sich überhaupt ein Supermarkt bei dir meldet, vergingen wirklich Wochen. Absagen, dass sich das Ganze gar nicht lohnen würde bei meiner Reichweite, dass alles eh nur für eine kurze Zeit wäre. Ich kann den ganzen Punkt auch verstehen, deswegen abonniert den Kanal, logischerweise auch. Aber nach wirklich so vielen Wochen kam endlich eine Nachricht, die ich ganz davon überzeugt war, aber die Idee ziemlich lustig fand. Es ist soweit, wir haben das geschafft, was wir immer wollten. Wir haben es in den ersten kleinen Gäse geschafft. Wir wollen gucken, können heute unsere Bonbons reingehen und dafür treffe ich mich für jemanden, der mich sehr gut mit dem Laden hier auskennt. Heute geht es ja wirklich darum, meine Bonbons hier reinzubekommen. Heute ist ja der magische Tag und du kannst erst mal zeigen, wie sieht sie aus, wie groß ist sie überhaupt? Wir haben einen Kundendurchschnitt von knapp 800 Leuten, die hier täglich einkaufen gehen. Der Markt hat eine Größe von 1500 Quadratmetern, reine Verkaufsfläche. Und ich würde sagen, ich zeige euch drüber einfach mal so ein bisschen den Markt. Denn dieser Supermarkt hat sich, nachdem ich eine Rundfrage auf Instagram gemacht habe, bei mir gemeldet und gesagt, okay, lass uns das Ganze umsetzen. Auch wenn sie selber nicht ganz überzeugt von der Idee war. Es wird schwierig, auch sich nur mit einem Produkt durchzusetzen. Ich glaube, man braucht dann auch eine gewisse Produktvielfalt, um letztendlich am Markt bestehen zu können. Aber ich merke schon, es ist schon relativ groß, oder? Es ist jetzt einer der größten Nahkaufmärkte in der Region Nord. Wir wissen nicht, ob es deutschlandweit nochmal eine Größe gibt. Nahkauf ist einfach am Wachsen, ist eine Rewe-Tochtergesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht genau ein Rewe. Es ist die Unterkette vom Rewe, oder? Richtig, genau. Der Nahkauf ist dafür ausgelegt, um ländliche Regionen zu versorgen. Also dafür war es damals mal gedacht, dass dann so große Nahkaufmärkte entstehen. War nicht der Plan, bot sich hier an. War es mal ein Rewe? Es war vorher mal ein Rewe, genau. Das ist ja auch das Interessante, ihr habt ja auch wirklich zum Beispiel die Ja-Produkte wirklich aus dem Rewe da. Genau, wir führen auch die Rewe-Eigenmarkenprodukte. Sprich Ja, Rewe, also das komplette Eigenmarkenprogramm der Rewe spielen wir auch gerne. Die Leute kaufen hier eine, oder? Definitiv. Und ich glaube auch, dass deine Produkte gut ankommen. Hier sind einmal Süßigkeiten, hier ist einmal Gebäck. Uha, aber hier ist auf jeden Fall gut Konkurrenz, sage ich dir. Will ich mich wirklich mit so welchen neuen Anlegen, aber muss ich ja, oder? Musst du. Um auf dem Markt zu bestehen, musst du dich mit den Großen messen. Also die Konkurrenz bei Süßigkeiten ist schon relativ hoch. Du hast halt mit Haribo, mit der Firma Hitschla und diversen anderen sehr große Konkurrenten. Wichtig ist halt einfach auch auf Augenhöhe. Das Regal ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Wir haben einmal die Bückzone, wir haben die Griffzone, oben ist, und einmal die Zone, die auf Augenhöhe ist. Und da macht es Sinn, dein Programm auf Augenhöhe zu packen, weil da auch immer die hochwertigen, teuren Produkte in der Regel stehen sollen. Doch weil es nicht ganz einfach ist, sich bei der ganzen Konkurrenz durchzusetzen, hatten wir eine Idee, die wir uns von den ganzen Produkten abheben können. Wir haben hier so einen kleinen Korb, kannst du selber entscheiden, ob du das so möchtest. Bei dir hier schön reinfüllen, und dann können wir das direkt hier unternehmen unser Donutmöbel stellen. Da hast du noch ein paar Kaugummis. Ja. Ich glaube, dagegen kannst du dich dann ohne Probleme durchsetzen. Sehr gut, ich würde sagen, wir nehmen das. Und ich würde auch sagen, es geht jetzt erstmal darum, Bonbons an den Wand zu bekommen, weißt du? Du musst jetzt meine Bonbons erstmal abkaufen, und darum geht es gerne in die Verhandlung jetzt. Das mit dem Verhandeln ist nicht normal. Normalerweise läuft das so, dass der Hersteller sich über die Rewe Group meldet, und dann dort mit den zuständigen Leuten die Preise verhandelt, oder sagt... Wie geht man da jetzt vor? Ich sage einen Preis, und du sagst, ob du mit dabei bist oder nicht, oder? Würde ich mal so machen. Ich bezahle 90 Cent Einkaufspreis, und mein erster Impuls war jetzt direkt 1,50. Da sehe ich schon an deinem Blick, das sieht sehr schlecht aus. Richtig. Wir, denke ich, die Bonbons für 1,99 in den Verkauf bringen wollen tatsächlich. Wir wollen halt den Preis für die Kunden relativ attraktiv gestalten. Nichtsdestotrotz wollen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Da denke ich, dass wir mit 1,30 Euro ganz gut zueinander finden würden. 1,30 Euro also. 1,30 Euro. Ich glaube, da bin ich auch dabei. Bist du d'accord mit? Ja, bin ich dabei. Wunderbar. Dann freut mich das. Wir haben jetzt 150 Bonbons für 1,30 Euro an dich. Jawohl, mein Chef wird sich freuen. Er bekommt die Rechnung. Auch ganz wichtig ist immer, dass die Kunden das Produkt anfassen können, sich die Tüte angucken können. Das ist auch immer ein sehr wichtiger Faktor. Design spielt eine große Rolle. Und ich muss sagen, die sehen echt gut aus. Ich bin mega stolz. Das sieht sehr cool aus. Fast, würde ich sagen. Das ist wirklich der perfekte Ort, um die Dinge aufzustellen. Es geht, glaube ich, kaum besser. Also, der nächste Schritt wäre jetzt, eine Preisauszeichnung anzubringen, damit der Kunde weiß, welches Produkt er tatsächlich kauft und was das Produkt kostet. Dafür würden wir jetzt einfach mal ins Büro gehen. Zeige ich euch einmal, wie man so einen Preis anlegt. So war mein Produkt endlich fertig, um Umsatz zu machen. Und ich glaube, ihr merkt schon, wie stolz ich in diesem Moment war, dass das endlich in den Regalen stand. Und der erste Umsatz ließ nicht lange auf sich warten. Lass einfach hier auf. Kunden können sehen, sehen, was es kostet. Sehen, dass es handmade ist. Und dann schauen wir mal, wie schnell was abverkauft. Und das wird auch laufen, weil ich bin schon direkt der erste Kunde. Also, ich würde einmal gerne meine eigenen Bombers kaufen. Das muss mal sein. Dann bekomme ich von dir bitte 1,99 Euro. Und jetzt steht es hier. Candies handmade. 1,99 Euro. Also, grundsätzlich nehmen wir die Zeptan Candies auf, weil wir die Story, die dahinter steht, einfach mega interessant finden. Wir einfach davon überzeugt sind, dass gerade handgemachte Produkte sehr gut bei unserer Kuhschaft rinkommen. Ich glaube, die älteren Herrschaften, die wirklich noch Wert darauf legen, auch mal so selbstgemachte, handgemachte Sachen kaufen. Aber wir haben auch viele Kinder. Die Farbe sticht bei den Kindern auch ins Auge. Ich glaube, auch für die Kinder ganz interessant. Was auch ein Aspekt ist, finde ich, gerade zum Befüllen der Adventskalender. Wenn die Leute ihre Adventskalender selber befüllen, dass sie selber ihre Türchen mit den Bonbons vielleicht befüllen. Das ist ja gerade eine perfekte Zeit. Perfekte Zeit, genau. Und das jetzt wirklich mein Job getan. Ich kann sagen, ich habe es geschafft in einem Supermarkt. Ich bin sehr stolz. Doch bei diesem Erfolgserlebnis blieb es nicht. Denn allein schon auf der Rückfahrt kamen die ersten Nachrichten von Daniel, dass sich Leute diese Bonbons kaufen. Wir sind legit 10 Minuten gefühlt auf dem Weg. Und es kommen jetzt schon Storys, die einfach den Nachkauf einfach erwähnen, dass sie meine Candies einstellt. Das ist so eine alte Frau, ist 30 oder so, die hat einfach meine Candies gekauft. Jetzt abgesehen davon, dass sich meine Zielgruppe erweitert, ist es absolut genial, dass einfach in den ersten 20 Minuten jetzt schon Sachen gekauft werden, oder? Was sagst du? Komm, Felix, sei ehrlich, das ist doch quick. Es war fast alles geschafft, um das Produkt wirklich bereit aufzustellen. Doch der Onlineshop war bis jetzt immer das Hauptproblem. Die Website, wie sie gerade ist, ist komplett trash. Also ihr wisst ja, für den letzten Release hat das funktioniert und wir sind noch sehr, sehr schnell soldat gegangen. Aber wenn ihr euch gerade die Website anguckt, das Logo ist oben rundscharf. Hier sind viel zu viele Informationen drin. Ich glaube, es ließ sich keiner durch. Wir müssen den Shop fixen, dass er wirklich gut ist. Denn wenn das ganze Video hier gerade online kommt, könnt ihr genauso den Shop nochmal abschicken und neue Sachen kaufen. Deswegen heißt es jetzt, den ganzen Shop neu überarbeiten für euch und dafür, dass meine Bonbons auch weggehen. Was wirklich hier wieder an diesem Video passiert, ist gottlos. Manche würden dafür drei Videos machen, ich mach das in einem. Aber jetzt heißt es, den ganzen Shop fixen. Doch währenddessen ich den Shop fixe, wie sieht es aus mit mehreren Rewe-Filien und wie viel Umsatz habe ich mittlerweile mit meinem eigenen Produkt schon gemacht? Und noch eine andere Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Ist es überhaupt möglich, mit so einer kleinen Reichweite in irgendeinen Rewe zu landen? Und ich kann euch sagen, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer als einen YouTuber der 50.000 Abonnenten. Der einzige Weg, um das möglich zu machen, ist wirklich viel Umsatz zu machen oder wirklich einzelne Filialen anschreiben, die das Ganze ermöglichen. Aber ihr kennt mich, ihr wisst sicherlich, ich stecke hier mein Leben in diese ganzen YouTube-Videos. Und ich kann euch sagen, ich habe mich schon mit wirklich sehr, sehr vielen Filialen auseinandergesetzt und es sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Wir sind nur halt einfach an der falschen Zeit, am falschen Ort. Jede Rewe-Filiale, die mir nicht abgesagt hat, hat mir gesagt, okay, wir könnten das eigentlich machen. Ich muss nur auf Januar und Februar warten, weil dort ist die Zeit, wo wir ins Neue wieder aufstellen und der ganze Weihnachtsstress vorbei ist. Mir wurde aber gesagt, nutze die Zeit wirklich gut und versuche so viel Umsatz wie möglich zu machen in dieser Zeit. Und ich kann euch sagen, diesen Plan müssen wir anstreben. Also falls ihr Bock habt zu supporten, checkt einfach gerne den Shop ab. Aber jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Wie viel Geld habe ich mittlerweile schon damit gemacht? Dann das Vorwort, ich möchte euch gerne teilhaben, wie viel Umsatz ich damit gemacht habe, weil ich das Ganze ja von Anfang an mitgenommen habe, wie mein eigenes Produkt entwickelt, wie man das dann produziert und wie man es auch weiter vermarktet. Und darum sage ich euch gerne, wie viel ich damit verdient habe. Weil ich aber so offen bin, abonniert doch einfach mal den Kanal. Danke, denn ich sitze seit Monaten an diesen 50.000 Abonnenten und hätte gerne mehr. Genug Sellout, in dieser Folge habe ich ja angefangen, Marvin 50 Bonbonpackungen für 2 Euro zu verkaufen. Er hat also letztendlich 100 Euro dafür bezahlt, 100 Euro auf unser Konto. Dazu haben wir in dieser Folge 150 Packungen an den Rewe-Nahkauf verkauft und da kommen wir auf einen Wert von 200 Euro. Wenn wir jetzt aber noch an die vergangenen Folgen rangehen, in der letzten Folge hatten wir 50 Bonbons in unserem Online-Shop und gleichzeitig noch 160 Euro auf der Gamescom verkauft. Insgesamt sind wir also gerade auf einen Umsatz von 610 Euro. Hä, Digga, das ist eigentlich gar nicht so kacke, mag ich gerade. Ich kann wirklich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, was wir mit einem eigenen Produkt gerade umgesetzt haben. Da das ist nur der Umsatz und nicht letztendlich der Gewinn und mit den ganzen Steuern, die man noch dazurechnen müsste, will ich gar nicht anfangen. Das ist viel zu komplex für das ganze Video. Ich kann euch aber sagen, der Online-Shop ist wieder online. Chat den gerne ab, er ist überarbeitet, nochmal schöner für euch gemacht. Wir sind jetzt auch wieder ein paar Bomben und Star. Also abonniert den Kanal, checkt den Online-Shop von Marvin und Aron ab, mit meinem Online-Shop aus. Checkt Opera aus, abonniert den Kanal und ich möchte gar nicht so viel sagen, hier sind ganz viele andere Videos.